Ich habe schon ein bisschen her, wo ich das Portal gegossen habe, aber müsste ich denke ich mal hinkriegen. Okay. Hier kann ich einfach die Lava einsetzen, dann mache ich einfach hier so hinter, hier so. Das soll ich irgendwie gehen. Gucken, dass ich mich dabei nicht umbringe. So, mache ich Lava rein, zack zack. Dann so. So. Ich bin aber auch die Vorlage schön aus Erde. Ja, damit ich zu Salamplatz gehen kann. Ja. Ich guck mal noch mal essen. Dann ja auch. So lange dauert es nicht mehr. So. 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 Soll ich nachkommen oder nicht? So. 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 schlecht ein bisschen rausgekommen ein anderes ja jetzt kann ich ja wieder was ganze zeit welche koordinaten ich bin minus 1800 dann guck schon mal nach eisen und sowas schon mal zu mit erde ne weißt ja wo es ist ja genau das meine ich ich Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist Trip Mining. Das ist eine Bastian, wir können es halt vorsichtig probieren. Das ist halt mega cool. Nein, probieren kann man es, aber da ist halt eine Menge Zeug. Das ist halt mit äußerster Vorsicht vorgegangen. Ja, jetzt erhöle er eigentlich nicht schlecht. Ja, Team, ah ja ja. Ah ja ja, hat man wieder losgelegt. Und hier ist schon mal ein letzter Hauen für Traps. Für Tränke brauchen wir... Und Apis. Nice. Kaputte Spitzhacke. Tuck. Okay. Okay. ich habe keine folgenden eingestellt hatte ich einfach so ungefähr 25 minuten ja ich werde einfach so karten oder ich werde ich setze meinen timer noch um 15 zum nächsten mal dann meinst du ja dann mache ich auch timer 15 kann das ja ungefähr dann aus mache ich auch timer 15 wird die erste folge relativ lang ich kann das dann einfach trotzdem schneidest du irgendwie so einfach genau in die mitte oder so ja das habe ich beim letzten season so gemacht aber irgendwie geguckt dass zumindest nicht mit einem satz heißen hoffe dass der sektor pack hier grunge pd kraft endlich mal updaten also september haben sie ein bisschen geteasert dass wieder was kommt das ist noch auf 1 8 der rest ist halt bd kraft einfach normales ja ich bin jetzt das schon länger nicht mehr bin jetzt wieder darauf umgestiegen weil chroma hills nicht geupdatet war chroma hills wieder geupdatet das geht auch wieder darauf zurück ich habe den typen auf reddit angeschrieben wenn ich den nirgendwo mehr gefunden habe und der sagte ja macht es leider nicht mehr wenn man mal die reddit privatnachrichten nutzt da hat sich auch gewundert hier ist auch lapis bei mir und witz immer ein paar fackeln hier auf dem weg ja heute war der mine kraft live stream ja es wurde der leuchtende hinten fisch gewählt als neuer mob und hast du den ofen oben stehen lassen da habe ich die ganze kohle kohle gar nicht mal so viel habe ich aber ich habe kohle ja papp ein hier weg da darf doch natürlich mich durch ja da ist noch hier ist auch noch ein bisschen kohle auf dem gang ach frozen ore ist tot ne aber was auch bekannt geworden ist das cave update kommt dann wahrscheinlich in 1 17 gut gemacht fand ich den live stream jetzt nicht aber die inhalte waren ganz nett ich habe nicht geguckt zwischendurch mit musterion reingeguckt ein bisschen oder vom cave update sprechen alles gut gespannt was zu verändern ich mache jetzt erstmal ein schild können sie sich abholen wenn sie nicht ich nehme lieber die labe aus dem top es endet schlimm so ich mache mir eine eisenaxt ich spiele diesmal mit axt musst du wissen mit was du spiel willst du lieber schwert oder axt ein bisschen die frage soll es dann zurückfinden das hat die frage was ich dann halt später noch lohnt dann muss man aber jetzt erstmal oder entstanden ist das mal bin ich noch mein kommentar hat ein herzchen von vpnv erhalten mensch die 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 ganz viel kohle hier ich sammle die mal ein bisschen ja auch für level müssen halt am besten halt fünf die es finden du zumindest ein scharmen table machen können ich dann graben uns eigentlich und koordinaten meister das ist noch eine korte so hier haben sie schuhe da hinten ist eine hülle hast du gesagt dann mache ich mir mal eine eisenspitzhacke weil ich dann hoffe dass wir die erst finden werden das ist nicht falsch na ja dann bräuchte den ofens ab bringen wir es in die hülle zwei eisen okay komm hier lang das so viel weisen skeletten beschießen ich gegenseitig ab ja tötet euch das habe ich dann noch fackeln dann leuchtet man ein bisschen aus drei habe ich tatsächlich noch nicht die fehler wegschmeiß ich auch gern so ist bestimmt in judyos oder nicht gold zumindest schon mal bei uns ein gold heller geht es ja noch großartig weiter da ist ein pfeil das ist ein enderman hier ist ein creeper den habe ich aber zum glück eingebaut auch mal die sachen zu hier schon mal drei gold ach so ja der ist bei mir der creeper komm mal zu mir kannst du auch hier durch die dings in der man ja einfach nicht angucken da so jetzt hab ich genau das Koppel hergeschmissen so du hast ja noch Kohle, ne? dann noch mal ein bisschen voll hier oh oh dann noch hier die Kohle dann noch da da ein bisschen Eason okay gerade noch ein bisschen ausmüllen hier ähm okay okay ein bisschen will er forschen Eason abbauen und so ja bauen wir Eason abbauen auf dem Weg leichte TPS Drops was heißt Drops? also viel oder? ja geht so 15 mal wird ja das geht ja irgendwie noch ich guck da mal nach äh und das ist nicht hier wirklich das heißt Arsenal ist apropos Lifehack. Wasser. Water. Das sind noch Eisen. Passend wegen der Lava. Und da war. Tschüss. Okay. Halloween-Dameen. So. Und tu mal Eisen und Offen. Wenn sie noch Eisen haben. Bin. Dann mach ich uns erst mal ein Harnig. Aber ich zumindest erst mal ein Verein. Gucken. Benjamin, ne? In the man. Ja, wird sie ein Eisenharnig. Mhm. Ja, ich bin schon mal ein Harnig. So Eisen haben wir auf jeden Fall. Ein Gold-Tel. Wir brauchen noch ein Gold. Oof, da unten sind übel viele Mops. Oof. Oof. Oh, scheiße. Das Glitz hab ich getroffen. Kann ich schon mal. Okay. Wenn ich nicht noch an den Nerman hangen, kriege ich den Fall. Okay. Ja. Das ist mal. Und ja mal krass. Soriert der Creeper da nicht so ein bisschen aus? So, folgende, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Posebewertung, wir sehen uns in einer weiteren Folge, tschau, tschau.